Wundervolle Wohlfühlzeit hier bei Gentle Voice ASMA. Hey du. Schön, dich wiederzusehen. In meinem heutigen ASMR Video anbochse ich die Fairy Box für den Monat Oktober. Die Fairy Box ist voll mit Naturkosmetikprodukten für Gesicht, Haar und Körper. Die Box bekommst du im Monats Abo für 19,90 Euro. Der darin enthaltene Wert ist aber wesentlich höher. Im Monat Oktober beträgt der Stolze 90,23 Euro, wenn ich das richtig gesehen habe. Wieder mit dabei ein Goodie, welches oben drauf kommt noch. Heute haben wir nur vier Produkte plus Goodie. Sonst sind es meistens immer so fünf. Ja, alles ist recycelt an der Box. Die Karte, also die Pappe von der Karte und der Box. Die Tinte auf der Karte. Das Fädchen. Dann haben wir Verpackungsmaterial aus 100% Maisstärke. Ich lese die Beschreibung zu den Produkten, die auf der Karte stehen. Ich stelle dir mal vor, wenn ich das jeweilige Produkt in der Hand habe. Okay. Cool. Dann lasst uns loslegen. Genau, 90,23 Euro. Ich lese die Karte. das sind die Maisstärke Chips das riecht schon toll aus der Box aber das riecht meistens sehr lecker das erste Produkt ist von Penikos 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 und wir haben hier sanfter natürlicher Nagellackentferner dieser natürliche Nagellackentferner ist nicht nur acetonfrei sondern entfernt auch im Gegensatz zu aggressiven handelsüblichen Entfernern deine Nagellacken äußerst schonend und sanft dank der veganen Formulierung mit Bio-Ölen aus Orangenschalen sowie Lavendel verhilft er dir zu schönen sauberen Nägeln und verbindliche Preisempfehlung 3,99 Euro Originalgröße 125 Milliliter 51 50 50 ne Ach, ich wollte hier mal eben schnuppern, wegen der Orange vorne, ziemlich neutral. Ein ganz kleiner Hauch Frucht und blumig. Sehr schönes Produkt. Ich habe hier ein Produkt, das in Seidenpapier eingerollt wurde. Ich habe hier ein ganz kleiner Hauch Frucht. Die Meilen, die ich schlafen kann, und ich sage das ein. Also, ich habe hier ein kleines Hauch Frucht, aber ich mache hier ein kleines Hauch Frucht, es klingt pulverig ein bio duschpulver von iliazal wenn ich das richtig sehe iliazal iliazal oder iliazal bio duschpulver eukalyptus die coolste art zu duschen das bio zertifizierte duschpulver erfrischt und belebt mit eukalyptus die waschaktiven pflanzenstoffe aus walnussschalen saponinen seifenkraut und heilerde reinigen die haute sanft ohne reizende denside die pflanzliche pflegeformel sorgt für ein angenehmes hautgefühl mit peeling effekt das auch nach dem duschen anhält dein produziertes abwasser ist reinste natürlichkeit dieses belastet wieder dein gewissen deinem körper noch unsere umwelt nachfüllbare aluminium dose 100 prozent recycelbar etikett aus steinmehl dichtung aus biobaumwolle ph neutral und verbindliche preisempfehlung 10,40€ steinmehl Okay. so kann ich jetzt nichts riechen da bin ich sehr sehr gespannt wie das ist unter der dusche denke das ist in verbindung mit wasser auf der haut sich der duft auch entfaltet es ist auch schon frisch vielleicht ganz minimal schon nach eukalyptus aber ganz ganz dezent sehr schön produkt nummer zwei da haben wir hier ein ein typchen von scone eine tagescreme eine repair microbiome repair microbiome day cream die hochwertige repair tagescreme ist eine sehr aktive gesichtscreme aus dänemark welche auf mehreren ebenen gezielt mit der haut arbeitet sie hilft das mikrobiom zu verbessern also die barrierefunktion der haut zu stärken und austrocknung zu verhindern ein extrakt aus olivenkernen macht die haut geschmeidig und seidig weich die doppelte barrierefunktion der creme trägt dazu bei eine gesunde flora zu schaffen das ergebnis ist eine ausgewogene und vitale haut und verbindliche preisempfehlung 58 95 die produkte von scone sind immer sehr sehr hochwertig sind eigentlich alle produkte aber die sind jetzt schon fast luxuriös sehr schön freue ich mich bin ganz gespannt ob ich die auch vertragen kann ein nagellack von kia calotta oder kia calotta ja so alt rosa kupfer farbend ne alt rosa kupfer farbend alt rosa kupfer farbend alt rosa kupfer farbend kia calotta vegan nail polish take a break so heißt die ausgefallene hellbraune nagellackfarbe für jeden anlass die schimmernden glitzerpartikel sorgen für den absolut trendigen look und verbindliche preisempfehlung 12 euro 90 glitzerpartikel haltungsflüssig además glitzerpartikel glitzerpartikel brillyor glitzerpartikel Hübsches, kleines Fläsch hier. So, dann kommen wir zum Guti. Und da haben wir wieder einen Tee von Teebaum. Quasi einen Teebaum-Tee. Und zwar ganz toll. Sehr passend, wie ich finde. Einen Gute-Nacht-Tee. Bio-Kräuter-Tee. Sanfter Geschmack mit Passionsblume. Mit Passionsblume. Passionsblume. Der Tag war aufregend. Das Gedankenkarussell dreht sich. In dieser leckeren Kräuter-Tee-Mischung gehen Melisse, Lavendelblüte und Passionsblume eine entspannte Verbindung mit duftigen Zitronengras und sanften Rosenblüten ein. Und begleiten dich entspannt durch den Abend. Einfach Augen schließen und loslassen. Unverbindliche Preisempfehlung 3,99 Euro. 90 Euro. Man kann ruhige Teebaum-Tee-Mischung mit원. Da merkt man diesenиксen, toen wir auf々. Und dann sagt man zu einem mitbeizigen Angriff almut. 20 Euro. Seht nur noch so ein bisschen. Und dann sagt man, da war es ein bisschen. Wir bekleiden dich, wenn du mitbeizigen Teebaum-Tee-Mischung bist. Lass ihn in dem Rest und schlafen. Da freue ich mich immer drüber, über Tee. Sehr schön, ganz tolle Produkte heute dabei, diesen Monat. Ist noch ein Umschlag drin, Good Food, Good Farming, wir haben es satt, Deutscher Naturschutzring in Berlin. Ist einmal so ein Blättchen dabei. Und was haben wir denn hier, was steht denn hier? Hast du die Nase voll von Pestiziden? Sei dabei und erhebe deine Stimme. Schreibe deine Forderung für weniger Pestizide und gesunde Lebensmittel auf den Aufkleber. Klebe den Aufkleber auf dem Umschlag, lege eine Haarsträhne bei, optional, den stummen Zeugen deiner Pestizidbelastung und schicke den Umschlag an uns zurück. Ne, 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 ich verschicke nicht meine DNA. Aber, coole Aktion. Was habe ich hier noch? Von Kia Carlotta, von der Nagellack in der Box. Und noch ein Gärtchen. Mit dabei. Und von Ilaja Saal oder Elia Saal. Eine kleine Infobroschüre aus schönem, dickerem Papier. Die Reinheit der Natur für die Schönheit in dir. Da hatten wir ja das Duschpulver. Sehr ansprechende Verpackung finde ich auch. Ja, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Auch dieses Voice-Over-Geflüster. Voice-Over-Geflüster. Ja, das hat euch ja in meinem Video Asmeer bei Angst, Stress und Schlaflosigkeit sehr, sehr gut gefallen. Da dachte ich, ich versuche das mal so mit einzubauen. Ja. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft schön. Und wir sehen uns hoffentlich bald im nächsten Video. Okay? Guten Nacht. Bye-bye. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.